Jo Freunde, ganz lustige Sache, ich bin jetzt mit einem Kollegen verabredet in Berlin-Warnsee. Der Kollege ist scheinbar ein bisschen aktiv, was das Videofilm angeht und das heißt für mich, ich kann heute vielleicht mal ein bisschen was mit dem produzieren, mal sehen wie das Ganze so wird. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, euer Samuel Lift ist in Lifting. Das ist schon, nimm es gerade auf, Backe. So, also wir sind hier gerade noch ein bisschen am drehen und ein bisschen Fotoshooting machen hier, da ist der liebe John, der Fotograf, ich mit der Grund, der Wichser, äh was? Der Sam, ja, hier ist die Blende und Action. Das ist ein gutes Foto. Das ist ein gutes Foto. Das ist ein gutes Foto und da ist ein Typ, der sich gerade umzieht. Das ist ein bisschen nackter Arten für einen Schaden. Das ist ein bisschen nackter Arten für einen Schaden. Du? Ja, vielleicht auch nicht. Ja, das ist ein bisschen nackter Arten für einen Schaden. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir hier. So, guten Tag, meine Damen und Herren. So, jetzt sind wir hier in den letzten 10 mit Thierry, dem Profi. Hab ich ja gesagt, Thierry kam auf mich zu und meinte, er ist professioneller Videodreher. Hab ich gar nicht gesagt, das ist nötig gesagt. Aber ich merk gerade, Thierrys Freund ist der Videodreher. Ja, nicht Thierry. Ja, gar nichts. Ich bin... Du kannst ja jetzt losrennen bis dahinten. Okay. 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 Das war's. Kaldo-Training, die ist wieder beendet. Äh, ja. Okay, beide sind weit. Super. Jetzt musst du ja eh nach da rennen und da rennt ihr hinterher, oder? Ne, er rennt erst mal nach da. Ja. Ja. Ich fahr dir dann wieder. Ich dachte, was ich gesagt habe. Ich hätte gesagt, du Idiot. Bäh. Schaffst du beides dann? Natürlich hab ich beides. Rennen, Gas geben, schnell genug sein. Ja. Was macht die? Komm her. Komm her. Oh, jetzt. Thierry, Alter. Ja, das ging nicht. Ich fahr dir nicht. Sorry. So eins. Ich fahr dir wieder. Lass du atmen, der Junge. Wieder am Kacken. Wie irgendwie dahinten essen die übrigens? Hm? Was? Hast du dir gesagt? Ja. Ich meine, so. Okay. Ja. Gut. So. Wieder am Anfang. Jan meinte. Ja. Ja. Wir haben hier einen Funk. Ja. Ja. Was ist jetzt? Nichts. Hast du das gesehen? Es ist schon leicht anstrengend. Aber nur so ein bisschen. Ganz nebenbei. So. Wie es gibt's. JTM. Wir gehen jetzt. Zu unserer letzten Szene. Ja. Ja. ... Die hat. Und danachlassen ghast. Die hat. Sie altogether. Jochen중. Die hat. Die hat.